für facebook die gruppe one man to boss army von da aus kommt ihr auf mein privat profil die steam gruppe google plus falls ihr es benutzt was ich nicht glaube denn niemand von uns wirklich benutzt so voll scheiße für die paar taler da durch rennen niemals oha hier muss ich schnell sein holy moody wir hatten träger der wird aktiviert sobald ich drauf komme er hat nur sonnenbrille den brauchen wir gar nicht umbringen so cool wie er ist und die zeit steht exakt auf 99 es gibt aber zwei ausgänge das wundert mich hat irgendjemand den ausgang ich weiß wo da wo es so gemein ist ich schlieg da aber durch jetzt das wasser mit dem fliegen so wir haben das level schon geschafft dementsprechend ist es tätig hier und zwar wird der zweite ausgang definitiv in der zweiten ebene sein ach ne moment jetzt komme ich ein bisschen durcheinander hier war ja das mit dem rennen ich bin mal raus aus dem level speicher ich werde es später machen noch nicht jetzt erst mal das geisterhaus ich will vorankommen den bauch mit ich weiß die feder ist besser aber die will ich jetzt noch nicht gleich verlieren jetzt weiter das ist ja die linke jetzt gehen wir mal den rechten weg ich gehe mal davon aus das hier wäre der richtige weg das ist eine geheimtür das ist eine geheimtür und wieder rennen rein rennen rein rennen so aktiviere ich den mal jetzt nur die joshikollen sonst rein gar nichts ok dann probieren wir mal die erste er wird uns hier auf der hier nicht viel bringen aber das ist die oha resett türen ich mal die tür hier ist der erste ausgang super die vorletzte tür ja das ist gemein gemacht oder auch genial gemacht so wie man sieht so wo ist der pilz 1 2 3 4 91 leben so das haben wir geschafft das level kenne ich doch das ist übel natürlich ist es geil wenn man da zum größten teil durchfliegt jetzt habe ich gerade voll geträumt ok das ist die story da komme ich nicht ran naja komm mit einer kanone ist gar kein problem für mich jetzt kann ich weit fliegen also ich lade den safe nur wenn mario dann nicht richtig drauf gekommen ist ja wieso macht er so ich muss ja ehrlich sagen diese jugendsprache diese neumodische von wegen läuft bei dir und sowas schlüpst der mal ist sowas ja in ordnung wenn man so spricht aber wenn man auf facebook oder so viel wie ich es das ist echt anstrengend mittlerweile das zu lesen und man kriegt echte aggressionen davon das ist so krass könnt ihr euch gar nicht vorstellen wenn ihr ein bisschen älter seid so wie ich dann werdet ihr das nachvollziehen können aus dem sprungbrett wird eine feder das ist ganz schlimm hat die gesundheit danke ein rotes level mit zwei ausgängen okay das ist sowieso am anfang des levels das ist nicht so schlimm ich weiß nicht ob rotes level mit zwei ausgängen bedeutet dass es nur zwei ausgänge haben muss oder ob es bedeutet dass man aus dem level mit zwei ausgängen rauskommt in die overworlden halt zwei wege hat das irritiert mich gerade ein bisschen was was schweine da gehe ich noch mal was ist gemein jedes mal ein au s 1 le